Hallo zusammen, hier ist Larek und ich gebe euch heute 10 kurze Tipps für schnelles Silber in Albion. Eins vorweg, leider wird euch keiner dieser Tipps zu Millionären machen. Die sind alle für Anfänger geeignet, sind daher relativ einfach umzusetzen. Man braucht kein Spezialwissen oder hochstufiges Equipment. Wenn ihr direkt zu einzelnen Tipps springen wollt, ihr findet direkt links unten in der Videobeschreibung. Da habe ich übrigens auch meine ganzen anderen Guide-Videos verlinkt, also einfach mal da schauen. Kommen wir also direkt zum ersten Tipp. Ich werde euch jetzt nicht sagen, er schlagt Monster für Silber oder sammelt Rohstoffe, das macht ihr sowieso, aber wenn ihr das tut, dann flaggt euch für eine der Fraktionen. Fraktionen gibt es ja in jeder der der Royalen Städte aus Akalion, da gibt es einen Rekrutierer, da kann man sich für eine Fraktion eintragen und wenn man das tut, sammelt man jedes Mal automatisch, wenn man Ruhmpunkte macht, auch Fraktionspunkte. Diese Fraktionspunkte kann man dann gegen verschiedene Belohnungen am Rekrutierer wiederum eintauschen, die sich teilweise sehr teuer am Markt verkaufen lassen und man kann es, das Schöne daran ist, dass man es alles quasi nebenher machen kann. Achtung, wenn ihr unterwegs seid für eine Fraktion gepflegt, dann können euch Spieler, die für eine andere Fraktion, also für eine andere Stadt gepflegt sind, angreifen und auch looten, selbst wenn ihr in der blauen oder gelben Zone unterwegs seid. Wenn ihr noch mehr zum Silberfarm mit Fraktionspunkten wissen wollt, ich habe ein entsprechendes Video gemacht, findet ihr unten in der Beschreibung. Der nächste Tipp betrifft Bücher. Es ist möglich, auf eurer eigenen Insel Arbeiter zu beschäftigen, die euch wiederum Bücher geben. Wenn ihr also einen Arbeiter, sagen wir, einen Lederer beschäftigt, dann hat der Lederer Bücher, wenn ihr die Bücher kauft und in eurem Inventar behaltet, während ihr Leder abbaut, dann füllen sich diese Bücher so langsam und wenn die voll sind, könnt ihr die wieder an euren Arbeiter geben und der sammelt dann für euch Rohstoffe. Ihr könnt diese Bücher aber auch benutzen, wenn ihr keine eigenen Arbeiter habt. Ihr könnt sie nämlich auch am Markt kaufen, voll machen und auch am Markt wieder verkaufen. Das heißt, wenn ihr Rohstoffe sammelt, dann kauft euch Bücher, die ihr währenddessen voll macht. Das Rohstoffe sammeln dauert dadurch nicht länger oder so. Ihr habt da gar keine Nachteile, außer der Anfangsinvestition für das Buch und die Bücher könnt ihr nachher, wenn sie gefüllt sind, mit einem fetten Gewinn am Auktionshaus verkaufen oder eben selber benutzen. Aber wenn ihr kein Buch dabei habt, verschenkt ihr quasi Silber. Der nächste Tipp, nutzt eure Fokuspunkte. Das betrifft natürlich nur Spieler, die auch Premium haben, denn die bekommen pro Tag 10.000 Fokuspunkte und es sollte eigentlich klar sein, dass man die auch benutzt. Dennoch sehe ich viele Spieler oder höre von vielen Spielern, dass sie die verfallen lassen. Die Fokuspunkte kann man ansammeln, bis man 30.000 hat, also drei Tage lang. Danach verfallen die quasi. Nutzt sie einfach. Ihr könnt sie benutzen, um zu farmen, um Tiere zu züchten oder ihr veredelt gesammelte oder gekaufte Rohstoffe und verkauft die danach wieder, aber nutzt sie. Die Fokuspunkte sind bares Silberwert und wer die nicht nutzt, der lässt da ordentlich was liegen. Der nächste Tipp, günstig kaufen, teuer verkaufen. Guckt doch einfach mal beim Aktionshaus in eurer Heimatstadt nach, was so verschiedene Gegenstände bei der Kauforder und bei der Verkaufsorder so kosten bzw. bringen. Ihr werdet je nach Gegenstand mehr oder weniger große Spannen zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufspreis sehen. Das heißt, ihr könnt einfach für einen Gegenstand eine Kauforder reintun, für 10.000 Silber als Beispiel. Wenn die irgendwann erfüllt wird und ihr bekommt dann den Gegenstand, tut ihn direkt wieder in den Markt rein, macht eine Verkaufsorder für, ich sage mal beispielsweise 20.000 Silber. Da müsst ihr natürlich ein bisschen am Markt gucken, welche Preise laufen und irgendwann verkauft er sich. Das geht nicht unmittelbar und so fort. Das kann auch schon mal ein, zwei Tage dauern, bis so ein Gegenstand geh oder verkauft ist, aber ihr macht ordentliche Gewinne und müsst euch ja eigentlich fast gar nicht darum kümmern. Das passiert alles im Hintergrund und es gibt Gegenstände im Markt, die haben mehrere 10.000 Silber oder sogar 100.000 Silberspanne zwischen ihren Einkaufs- und Verkaufspreisen. Einfach mal gucken, sich auf ein paar Items vielleicht dabei spezialisieren, dass man auch die Preise ein bisschen kennenlernt und machen. Das ist Geld, was ihr im Hintergrund gut verdienen könnt. Das gleiche funktioniert natürlich auch ganz ähnlich am Schwarzmarkt. Den gibt es nur in Kalion. Dazu habe ich übrigens ein eigenes Video gemacht. Link findet in der Beschreibung. Wenn ihr euch den Schwarzmarkt anguckt, der hat ja auch verschiedene Kauforder drin. Da lohnt sich schon mal der Vergleich mit den Beständen des Auktionshauses. Da kann man, wenn man ein bisschen pfiffig ist und ein bisschen Geduld beweist, bei der Suche nach passenden Gegenständen kann man innerhalb von wenigen Minuten richtig viel Geld verdienen, indem man Dinge günstig am Auktionshaus kauft und sie teuer am Schwarzmarkt verkauft. Da das Ganze aber sehr stark schwankt, kann ich euch jetzt keine Tipps geben, welche Gegenstände sich da besonders lohnen. Da müsst ihr einfach mal selber auf die Suche gehen, aber da steckt richtig Geld drin. Der nächste Tipp betrifft versteckte Schätze in der Open World. Ab Stufe 4 findet ihr in regelmäßigen Abständen versteckte Schätze draußen in der Welt, insbesondere in der Black Zone. Die sehen je nach Biom, in dem ihr euch befindet, unterschiedlich aus. Im Steingebiet ist das so ein Steinhaufen, wie ihr hier seht. Im Waldgebiet ist das eher so ein Baumstamm. In der Steppe ist das so ein Knochenhaufen. Wenn ihr den zerstört, den versteckten Schatz, droppt der ein bisschen Silber und Lut. Meistens sind das Luxusgüter auf T4. Die sind nicht so viel wert und relativ schwer, aber die gibt es auch auf T5 und T6. Auf T5 sind die schon 5000 Silber wert, auf T6 sind die schon 25.000 Silber wert und wenn ihr ganz viel Glück habt, findet ihr auch Gegenstände da drin. Die können schon mal bis für mehrere 100.000 Silber über die Ladentheke gehen. Ich sehe immer wieder Spieler, die an diesen versteckten Schätzen vorbei rennen. Ich bin mir nicht zu schade, dafür abzusteigen und die mal eben zu zerstören und zu looten, denn da kann richtig, richtig Geld drin stecken. Deswegen macht das auf, auch wenn ihr einen versteckten Schatz seht, nehmt ihn eben mit. Der nächste Tipp, Wölfe für Wolfsjungesfahren. Das wird vielleicht Lederer besonders freuen. Ihr geht einfach los in ein Waldgebiet ab Stufe 6. Aufwärts gibt es da die Düsterwölfe, schwarze große Wölfe. Wenn ihr die farmt, also wenn ihr die tötet, habt ihr eine zugegebenermaßen sehr geringe Chance, dass sie ein Wolfsjunges droppen. Dieses Wolfsjunges kann von versierten Craftern erzogen werden zu den Düsterwölfen, die man reiten kann und die gehen am Markt für richtig, richtig viel Geld über die Ladentheke. So mehrere hunderttausend Silber schwankt natürlich auch ein bisschen, lohnt sich aber immer. Und wenn ihr Lederer seid, könnt ihr natürlich die Wölfe auch noch abledern, was nur mal einen kleinen Zusatzbonus gibt. Also wenn ihr mal ein bisschen Ruhm, ein bisschen Leder farmen wollt und eben Wolfsjunges, einfach in Waldgebiet gehen und loslegen. Die nächste einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist das Farmen von königlichen Siegeln. Königliche Siegel bekommt ihr, wenn ihr täglich Expeditionen macht. Dabei ist es egal, ob ihr Solo-Expeditionen oder Gruppenexpeditionen macht. Bei den Solo-Expeditionen bekommt ihr die ab Stufe 4, nämlich ein Stufe 4 königliches Siegel. Für die Stufe 5 dementsprechend ein Stufe 5. Bei den Gruppenexpeditionen bekommt ihr sogar ein Stufe 4, 5 oder sogar hier ein Stufe 6 königliches Siegel. Ihr könnt da bis zu fünf königliche Siegel am Tag bekommen, nämlich für die zwei Solo-Expeditionen und dann nochmal die drei Gruppenexpeditionen. Und gebraucht werden die übrigens für königliches Equipment. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier gucke, gerade bei den Rüstungen gibt es hier die königliche Jacke des Adepten. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber für diese braucht man eben diese königlichen Siegel. Und da einige dieser Ausrüstungsgegenstände sehr, sehr gut sind, gehen die königlichen Siegel sehr gut am Markt weg. Kann man also schön, wenn man relativ neu im Spiel ist, kann man die Expeditionen gut alleine machen. Für die Gruppenexpeditionen braucht man natürlich eine Gruppe und dann kann man die Siegel verkaufen und ganz gutes Geld mitmachen. Der nächste Tipp, Kistenfarmen in T7-Dungeons. In den Gruppendungeons, die es in T7-Gebieten gibt, nicht in jedem T7-Gebiet, die sehen so aus hier. Das ist ja eines der Dungeon-Symbol, die es gibt. Und die haben so einen blau leuchtenden Eingang. Das ist also kein Solo-Dungeons. Solo-Dungeons haben einen grün leuchtenden Eingang. Sieht man auch hier nochmal. Hier ein blau leuchtender Eingang. Die Dungeons, die Gruppendungeons, die in T7-Gebieten sind, die haben zwei unbewachte Kisten. Ich rede jetzt nicht von Random-Dungeons. Das ist wichtig, sondern von den Gruppendungeons in den T7-Gebieten. Die haben immer das gleiche Layout, diese Dungeons. Sie sehen immer so aus. Da müsst ihr runtergehen in die zweite Etage. Die Eingänge zu der zweiten Etage sind einmal hier oben und einmal hier unten. Das ist also gespiegelt, das Ganze. Ich führe das mal vor. Ihr lauft runter. Das geht eigentlich mit jedem Bild, mit jedem Charakter. Ihr solltet nur zusehen, dass ihr hier durch die Mobs kommt. Die müsst ihr auch nicht bekämpfen, sondern ihr müsst einfach nur dran vorbeilaufen. Es bietet sich an, entweder so wie ich jetzt hier mit einem Heilbild das Ganze zu machen oder aber mit einem Bild, was ich in irgendeiner Art und Weise unsichtbar machen kann. Das geht also beides. Rennt ihr einfach runter in die untere Etage. Hier ist ja schon der Weg nach unten. Ich bin also unbeschadet durchgekommen. Und wenn ihr unten seid und einen Blick auf die Karte werft, dann ist hier an dieser Stelle und hier oben an dieser Stelle jeweils eine unbewachte Kiste, die ihr macht könnt, farmen könnt, sage ich jetzt mal. Die respawnen ungefähr alle 20 Minuten. Ihr könnt also alle 20 Minuten wiederkommen. Es bietet sich an, das Ganze mit einem Zweitcharakter zu machen und den einfach vielleicht hier unten auszuloggen und dann einfach die Kisten immer und immer wieder zu machen. Da das hier ein T7-Dungeon ist für eine Gruppe, ja, lohnt sich das Ganze. Ihr müsst natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Andere Gruppen, die hier vielleicht unterwegs sind, die sehen das vielleicht nicht so gerne, dass ihr denen die Kisten wegschnappt. In der Black Zone, wenn ihr es da macht, müsst ihr sowieso vorsichtig sein. Die greifen euch dann wahrscheinlich sofort an. Und auch hier in der Red Zone kann das durchaus passieren, dass die sich dann flaggen oder das ohnehin gefleckte Spieler unterwegs sind, die euch dann wegsnacken. Deswegen, gerade wenn ihr es im Zweitcharakter macht, dann bringt einfach hier Tier 4 Rüstung mit oder was und macht es da mit. Wenn ihr irgendwann mal sterbt, ist der Verlust, hält sich der Verlust in Grenzen, sage ich mal. Der letzte Tipp ist das Ganken. Das Ganken ist vielleicht eher was für Leute, die schon ein bisschen erfahrener sind im Spiel, aber auch Anfänger können das ruhig mal machen. Hintergrund ist, ihr kauft euch einfach mal ein billiges Ganking-Equipment. Da bieten sich hier die Klauen beispielsweise an, zusammen mit der Attentäterjacke und der Magier-Google-Soldatenstiefel. Das ist ein Solo-Ganking-Setup, was man machen kann. Es gibt auch natürlich andere. Dieses hier ist recht günstig. Ich habe zusammen mit dem T3-Pferd, glaube ich, unter 30.000 Silber gerade bezahlt, um das zu kaufen. Und dann entweder flaggt ihr euch, geht raus in die Red Zone und jagt Leute oder ihr geht direkt in die Black Zone. Wichtig ist, dass ihr darauf eingestellt seid, auch öfter mal zu sterben bei der ganzen Geschichte. Aber, wie gesagt, das ganze Setup war relativ günstig. Ihr braucht natürlich ein gewisses Anfangskapital. Macht es nicht, wenn ihr euch gerade mal dieses eine Setup leisten konntet und danach Pleite wärt. Nein, das Ganken ist nur was für Leute, die sich dieses Setup, ich sage mal, mindestens 7, 8, 9, 10 mal leisten können. Aber bedenkt, selbst wenn ihr 3-4 Mal sterbt und dann vielleicht ein fettes Ziel erwischt, was euch eine halbe Million oder über eine Million Silber bringt, dann hat sich die ganze Schose schon gelohnt. Achtet natürlich auch ein bisschen auf eure Werte hier, euren Ruf vielmehr. Nicht, dass ihr, wenn ihr in der Red Zone Spaß am Ganken findet, dass ihr irgendwann dann nicht mehr in eure Heimatstadt rein könnt. Darauf müsst ihr ein bisschen achten. Wenn ihr in der Black Zone gankt, ist das kein Problem. Von daher, probiert es einfach mal aus. Wichtig ist, das Gear hier muss billig sein. Es darf nicht zu sehr schmerzen, wenn ihr es verliert. Und dann hofft ihr einfach mal, dass ihr ein paar fette Ziele habt, bekommt. So, damit kommen wir zum Ende meines Videos. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitgenommen. Wie gesagt, Millionäre werdet ihr mit diesen Tipps wahrscheinlich nicht so schnell, aber es ist alles Silber, was man zusätzlich noch mitnehmen kann. Und verdienen kann. Ich hoffe, das Schauen hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns im Spiel. Über Kritik, konstruktive Art, Abonnements, Likes, Kommentare und dergleichen. Auf YouTube freue ich mich immer. Schaut euch auch meine anderen Videos zu Albion Online an. Und jetzt bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Euer Larek